Ja und herzlich willkommen zurück zu Anglefoot, heute geht's weiter mit Level 15 von ganz oben Und dann kommt dann schon wahrscheinlich der Bosskampf, ich bin gespannt darauf Ich hab mir schon mal andere Schuhe angezogen, nämlich die Stilettos Denn eigentlich hab ich schon versucht das Level zu spielen Aber es lief absolut gar nicht flüssig Ich muss da irgendwie herausfinden wie ich das ganze machen muss Oder was ich einstellen muss, damit das ganze flüssig läuft Okay, mit dem Stilettos ist das schwierig Weil die betäuben die Gegner nur mit Schüssen, aber die lassen sie nicht sterben Mit der Waffe trifft man gar nichts Hä? Das sind wie eigentlich Business Gang Headquarters Okay, jetzt unglaublich schwebt mir diesen Stilettos Ich nehme mal andere Schuhe Ähm, oder ein paar Füßler Auch nicht unbedingt besser Hört sich alles nicht gut an Ah ja Ups, sorry, wollte ich gar nicht Nimm mir mal die Schuhe Was, ob die jetzt alle dead sind Oh Gott! Wo hat der mich erschrocken Ich dachte, das wäre der Fettsack gewesen Wir haben noch eine Waffe hier Das ist irgendwie ein schwierigeres Level Wie ich das sehe Okay Ich habe es offensichtlich immer noch nicht geschafft, dass das hier flüssig läuft Ich habe eine 4090er Grafikkarte Das muss doch flüssig laufen Wahrscheinlich ist das Game einfach nicht gut Ähm Nicht gut Programmiert Damit die Anflüsse läuft Also eigentlich ist der Eigentlich habe ich auch eine Also ich habe die Beta installiert Das ist ein Beta Update Das eigentlich eben dafür sein soll, dass es flüssig läuft Weil offensichtlich bin ich dann wohl nicht der einzige, der Probleme hat Kommt man da hin? Wahrscheinlich schon, aber nicht wie wir hier Es ist so nervig, dass das Game nicht flüssig läuft Das ist immer so ein Mikro-Ruckler Ich weiß auch nicht Ist V-Sync besser oder schlechter, wenn man das anschaut Theoretisch wäre es ja besser, wenn man Wenn man Die FPS mit dem Bildschirm abgleichen möchte Mein Bildschirm kann eigentlich Hat eigentlich Pause Äh, T-Sync meine ich Von daher wird es natürlich PC Theoretisch Aber wenn das Game nicht möchte, dann Das habe ich übrigens vorhin gar nicht gesehen Irgendwie Das haben wir gerade gesehen Wie kommt man da hin? Vielleicht mit einem Sprint irgendwie, wenn man die Schuhe hat zum Sprinten. Keine Ahnung. Oh Gott, diese scheiß Mäuse. Ich hasse sie. Okay, das ist jetzt mies. Gut. Hä? Ist der Raum hier unten? Hey, 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 hey. Ich hab keine Waffe. Und es liegt so scheiße. Fühlt sich absolut nicht flüssig an. Es ist absolut nicht flüssig. Es läuft noch unflüssiger als mit Falschrink. Es ist so schade. Es ist so schade. Ich hab niemanden übersehen. Ich hab niemanden übersehen. Ich mach kurz doch einen Cut. Ich mach kurz doch einen Cut. Zieh mir keine Schuhe an. Denn ohne Schuhe gibt's auch noch einen Tiefen. Die Schuhe haben mir jetzt gar nichts gebracht eigentlich. So, da werden wir nochmals, wie gesagt, Level 15 nochmal. Einfach damit wir wirklich alle Leute weg haben. Ich hab einfach ein paar Grafikeinstellungen runtergestellt. In der Hoffnung, dass es was bringt. Und es sah zumindest am Anspiel gerade so aus, als ob es was gebracht hat. Von daher. Nooo. Hier war der scheiß Typ, den ich übersehen hab. Ich hab zwei Klos. Okay. Ist ja gut. Da gab es einfach zwei Klos. Ich hab das eine übersehen. Und da war der Typ drin. Und da war der Typ drin. Oh. 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 Shit. Oh Gott. Schau mal nochmal ne Waffe. Es läuft viel flüssiger. Und es sieht eigentlich immer noch genau gut aus. Äh, gleich gut aus. Okay. Oh Gott. Boah, diese... Diese Tiere gehören ja halt hin. Ich hasse diese Tauben hier. Okay. Die ist leer, ne? Ja, die ist leer. Shit. Haben wir noch ne AK irgendwo rumliegen? Da drüben natürlich. Okay. Sieht gut aus, dass wir das diesmal ganz scharfen mit allen Leuten. Kann ich helfen. Bei den meisten... Vorgehen. Dann auch. Wegen. Ich wird's weg. Ja. 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 Ich wollte das nicht mehr. In der nächsten Folge auch den Bosskampf machen, das würde ich sagen. Jetzt haben wir hoffentlich alle. Yes, nice und zwei Sterne. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge von Angerfoot. Vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht es los mit dem CEO. Bis dahin haut rein.